Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Telaar und heute bin ich mal nicht für euch in Dragonflight unterwegs, sondern wir wollen uns ein paar neue Sets angucken, und zwar die neuen Tier-Sets aus der ersten Season von The War of In. Und mittlerweile haben wir ja schon die Alpha, die gestartet ist und da wurden einige Sachen gedartet, meint, unter anderem schon neun von den 13 Sets. Diese neuen Sets wollen wir uns einmal angucken und ja, da wir quasi die letzten vier Sets nicht haben, gibt es noch so einen extra Schmankern oben drauf und da schauen wir uns dann noch die Arathor-Sets an. Da gibt es nämlich auch noch das ein oder andere. Und ich würde sagen, da starten wir mal rein. Das erste Set, was wir hier haben, ist einmal das von Paladin. Wir werden die jetzt alle durchgucken. Ich werde die auch so ein bisschen raten und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann auch euer Rating mit reinschreiben, wie ihr die Sets so findet. Ihr solltet im Hinterkopf behalten, dass es alles noch Alpha stand, also sehr, sehr früher stand. Es kann natürlich sein, dass sich das alles noch ändert. Und wie gesagt, einige Sets sind noch nicht drin. Die wir jetzt nicht angucken können, sind, glaube ich, die vier Stoffklassen, also Priester, Hexenmeister und Magier. Und das Shami-Set ist, glaube ich, auch noch nicht drin. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. Als allererstes haben wir hier das Paladin-Set, wie ihr seht. Und wir haben bei jedem Set quasi sechs Varianten. Das ist immer die LFR-Normal-HC-Mythic-Variante. Dann haben wir die Gladiator-PVP-Set-Variante wahrscheinlich und dann noch das Elite-Set. Welche, welche ist, keine Ahnung, das kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Wie gesagt, früher Alpha-Stand, aber wir können uns zumindest die Sets angucken. Also, das ist jetzt das erste Paladin-Set. Meiner Meinung nach sieht es sehr cool aus mit den Flügeln. Das ist die Rot-Orange-Variante. Ich habe im Stream schon nebenbei gehört, dass viele das nicht ganz so geil finden. Ich finde es sehr nice, auch mit diesen Runen hier dran. Ich mag immer Sets, die quasi nicht diese 0815 Silhouette haben, sondern die so ein bisschen weg davon gehen. Und hier hast du natürlich mit den Flügeln schon mal eine ganz andere Silhouette. Und auch hier mit vielen Elementen, die nicht einfach nur glatt einfach eine Textur drüber gelegt haben. Das finde ich immer sehr cool. Auch hier mit den Händen hat was. Genau, das ist das erste. Dann haben wir hier das Glanzgleiche nochmal in bläulich. Und ich finde auch diese Effekte sehr nice an der Seite. Dann haben wir die dritte Variante in grünlich. Die finde ich nicht so nice. Also ich muss sagen, die rote finde ich sehr geil. Die blaue finde ich auch gut. Gut, die grüne holt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ab. Dann haben wir noch eine goldgelbe. Die finde ich so mittel, muss ich sagen. Dann haben wir die grüne. Die holt mich auch nicht wirklich ab. Die lila, ne? Die hat sehr Shadow-Vibes für mich. Ist aber tatsächlich ein Paladin-Set. Und ja, dann sind wir durch. Das sind sechs Varianten. Für mich ist das Set, also ich muss sagen, je nach Farbvariante finde ich schon eine sieben tatsächlich. Also ich finde es sehr nice. Sieben von zehn würde ich geben. Ich tendiere sogar bei dem roten und bei dem blauen zu einer acht, muss ich sagen. Also das taugt mir schon ziemlich. Also ich finde es relativ nice. Aber ich habe hier auch schon anderweitige Stimmen gehört. Genau, das ist jetzt soweit das erste Set. Dann gucken wir weiter. Warte mal, wir können es eigentlich gleich hier zum zweiten Set. Dann haben wir hier einmal den DK, also den Todesritter. Und da können wir uns auch die Sets wieder angucken. Das ist jetzt hier das erste, die erste Variante. Ich muss sagen, so von der Rüstung, von den Details, finde ich es jetzt nicht so nice. Also das mit den Spitzen, das hat schon was irgendwie. Aber irgendwie die restlichen Details holen mich nicht so ab. Das Kettenhemd sieht auch ein bisschen billig aus. Äh, die Maske ist natürlich schon wieder ganz nice. Mit den roten Augen hier auf den Schultern hat man dieselben Sachen. Fand ich aber das Palazat tatsächlich besser. Wenn wir jetzt weiter gucken. Uh, okay. Hier sieht es schon geiler aus. Das hat schon so richtige Frost, äh, DK-Vibes. Das ist schon geiler. Was haben wir hier? Okay, das hat, das hat für mich Necrolord-Vibes. Definitiv. So von diesem, äh, türkisen Ton. Und vor allem hier sieht man auch die Flammen wesentlich besser noch. Dann das Ganze nochmal in Grün. Das hat, das geht so ein bisschen in Schurken. In der, in der Schurkenfarbe. Uh, in Lila ist auch nicht schlecht. Das hat auch was. Und dann haben wir es noch in Giftgrün. Und dann sind wir, warte mal, das war, glaube ich, das erste. Ja, genau, das ist das mit dem Gold-Roten. Also jetzt, wo ich es in groß sehe, finde ich es eigentlich fast besser, als ich es erst dachte. Also es haut mich jetzt nicht 100% vom Hocker. Ähm. Ähm, aber eine 6 von, eine 6 von 10 wäre zu wenig. Ich glaube, ich würde bei dem Parler auf 8 von 10 gehen. Und bei dem zwischen 6 und 7 schwanken. Vielleicht sogar eine 7 bei der einen oder anderen. Bei den meisten Farbvarianten würde ich eine 6 machen. Bei, bei manchen würde ich aber tatsächlich auf eine 7 gehen. Das mit dem Lila, den finde ich ziemlich nice. Und das Blaue, das finde ich auch nicht schlecht. Das erste sieht irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, da sind die Kontraste zu hart, finde ich. Aber im Stream-Chat lese ich auch schon hier eine 8 von 10. 7 plus, ja, okay. Also, aber es, ich muss sagen, die ersten beiden Sets, also sie sind jetzt nicht kompletter Ramsch, ne? Es gab ja schon andere Tieres, wo du echt nur Ramsch hast. Aber das finde ich gar nicht schlecht. Also, was haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes das Evoker-Set. Und da muss ich sagen, das finde ich schon ziemlich dick. Hier seht ihr, diese Brustplatte, die erinnert mich total an Deathwing. Auch die Füße, diese Krallen, das ist komplett quasi Deathwing als Set. Und vor allem auch die Flammeneffekte. Ich denke mal, die könnten in Game auch schon ziemlich geil sein. Also, das ist halt, wenn du eine Evoker spielst und ein Drache bist, ist das schon ein ziemlich dickes Set. Auch hinten mit diesem zerfetzten Umhang, der bis runter geht, das hat was. Das sieht stimmig aus. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Uh, das, okay, das holt mich richtig ab. Das ist so ein richtig chromatischer Drache. Oh, das ist schon ziemlich dick. Das ist schon ziemlich dick. Dann in Grün, gefällt mir auch. Aber ich muss sagen, das hier, der Farbverlauf, ist schon sehr nice. Wenn du jetzt irgendwie komplett dunkle Nacht hast und das alles quasi hier Lichtquellen sind, das ist auf jeden Fall nice. Das ist nochmal, also in Grün, das hat mehr. Okay. Rot ist auch nicht schlecht, aber da fand ich das andere trotzdem besser. Gelb hat was, gelb-orangelig. Und dann haben wir, oh, das ist so Schattenflammenfarbe, ne? Wie der erste Boss aus Arboros. Mhm, das ist halt wieder das Deathwing-Ding. Also ich muss auch sagen, hier bin ich auch wieder bei einer 8 dabei. Vielleicht sogar, es geht sogar vielleicht bei dem einen oder anderen Farbvarianten, muss ich sogar sagen, gehen wir auf Richtung 9. Hier im Streamchat auch 8 von 10. Einer meint 10, ja. Also ich kann verstehen, wenn manche Leute den Evoker spielen und sagen, das ist für sie das 10 von 10-Set. Manche Farbvarianten sind schon dick. Also bis jetzt bin ich nicht enttäuscht von den Sets. Sehen schon nicht schlecht aus. Dann kommen wir hier zum Monk-Set. Und wobei, ich muss sagen, als ich es jetzt klein gesehen habe, dachte ich mir, ist halt so, das 0815 Monk-Set haut mich jetzt nicht von den Hockern. Aber hier der Kopf, das finde ich wiederum geil. Diese Dinge hier oben raus, weiß ich jetzt nicht. Taugt mir jetzt nicht so. Ich finde wieder, dass es detailreich ist, finde ich schon sehr nice. Also wie gesagt, ich mag diese Classic, also jetzt Anführungszeichen Classic-Varianten nicht, wo einfach nur die Texturen drüber gelegt sind und einfach nur die Farben geändert sind. Wenn du wirklich halt merkst, das sind Elemente einzeln designt, hier sogar von den Schuhen, das alles kommt einzeln raus, das ist natürlich viel, viel hochwertiger und wahrscheinlich auch zum Gestalten viel, viel aufwendiger. Also es sieht mir nicht aus, ob das eine platte Textur ist, sondern dass das anscheinend alles ein bisschen auch raussticht. Also auf jeden Fall der Kopf und so. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so gut wie die anderen Sets. Also ich würde es auf jeden Fall schlechter einkategorieren. Wobei der Kopf, den finde ich schon ziemlich nice. Was ist denn das? Das ist so ein Stier, würde ich mal sagen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Aber jetzt schauen wir uns mal die anderen Farbvarianten an. Also grün ist jetzt nicht ganz so meins, aber ist jetzt auch nicht ein komplett schlechtes Set, meiner Meinung nach. Uh, okay, das Graue mit diesem Rauch oben raus. Grau-Rot und ein bisschen, ähm, ein matteres Blau. Das hat was auf jeden Fall. Das ist ein gutes Stück besser als das Grüne, muss ich sagen. Dann haben wir es noch ein bisschen Farben vor. Okay, mit Grün, Rot, Gelb. Das geht so ein bisschen Samurai-mäßig. Okay, das ist ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu bunt. Aber es ist nicht schlecht, das Set. Aber ich will jetzt nicht alle so gut bewerten. Wisst ihr, was ich meine? Okay, da haben wir es nochmal in dunkler. So ein komplett schwarz wäre es mal nice, muss ich sagen. Das ist jetzt eher so in gedeckteren Tönen. Dann haben wir nochmal ein ziemlich kräftiges, äh, mit kräftigem Rot und Türkis mit dabei. Hm. Also ich würde dem Set jetzt je nach Farbvariante 6 bis 7 geben, hätte ich gesagt. Also das Graue ist für mich eher eine 7, die meisten anderen sind für mich eher eine 6, würde ich sagen. Ja, also das, so würde ich jetzt sehen. Vielleicht seht ihr es ein bisschen anders. Gut, dann gucken wir das nächste an. Da haben wir das Hunter-Set. Ne, das finde ich nicht geil. Das finde ich nicht geil. Also muss auch wieder Props geben, nur du hast viele Elemente, die rausstechen. Das sind nicht einfach flache Texturen. Aber der Gürtel, auch das Ding hier vorne. Ich, ich verstehe den Stil. Man will mit Knochen arbeiten und hat da vorne einen Knochen, hier Schulterknochen und so. Die Lichteffekte oder was du da raus hast, die sehen nicht verkehrt aus. Aber es holt mich jetzt nicht so ab. Klar, du hast noch eine Falle dran. Äh, okay, der Daumen hängt zwar in der Falle drin. Ich weiß nicht, ob das so bequem ist für den Hunter. Seht ihr das? Das ist immer schwierig mit so Elementen, die an der Seite sind. Aber das, das haut mich nicht vom Hocke. Also das, da kommen wir auch nicht auf eine 5, würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal die anderen Farbvarianten an. Aber ich, ich, ne, also da sehe ich mich jetzt nicht so drin. Ich finde es, jetzt mit Blau finde ich es besser als Grün. Also ich würde, ich glaube, ich bin hier bei einer 4, würde ich sagen. Es ist, also ne, wenn wir jetzt niedriger als eine 4 gehen, ist es absolut hässlich. Und das, es ist jetzt nicht komplett, dass ich sage, ich kriege es kurz, wenn ich es sehe. Aber es ist jetzt auch nicht geil. Hier ist es vielleicht eher eine 5. Das Blaue finde ich schon ein bisschen besser. Uh, Lila ist auch nicht schlecht. Das ist auch eher eine 5. Vielleicht gehen wir, hier, da hat der Schädel auch eine andere Farbe. Da gehen wir vielleicht sogar fast auf eine 6 hoch, aber eher eine 5. Hm, Rot, ja, ist okay. Ne, das ist auch nicht so gelblich. Hm, ist jetzt auch nicht, haut mich auch nicht vom Hocker. Ne, ich, ich glaube, hier sind wir im Schnitt zwischen 4 und 5, würde ich sagen. 4 und 5, irgendwie sowas. Dann haben wir das Worry-Set. Jetzt schauen wir mal, was das so hier macht. Ja, ist, ist okay. Es haut mich nicht vom Hocker, ne. Du hast relativ clean diese Platten-Dinger. Das ist schon relativ clean. Und hier oben diese ganzen Hörner raus. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie, hm, hier, bis, bis, bis quasi zu den Schultern ist es ziemlich clean, halt so ein typisches Platten-Set. Und oben, äh, halt so ein bisschen Dämonen-mäßig sieht das aus mit diesen ganzen Hörnern. Ja, es ist jetzt nicht schlecht, aber ich bin nicht auch eher bei einer 5, vielleicht 6 bei dem Set. Okay, so Rot hat es irgendwie so Thor-Vibes, ne, hier mit den Blitzen raus. Hm, Orange. Also, ja, wahrscheinlich eine 6, würde ich sagen, ja. Das weiß, ähm, weiß-bräunliche, ja, okay. Hat man noch eine graue Variante, die ist auch nicht so verkehrt. Und die grüne, ah, die finde ich jetzt nicht so gut. Welche finde ich denn am besten? Also die graue finde ich nicht schlecht. Und das mit dem Rot, da sind diese, diese, äh, dieses kräftige Rot ist eigentlich ganz nice. Ich glaube, das finde ich sogar am besten, die rote Version. Ja, doch. Okay, das war jetzt das Worry-Set. Dann schauen wir mal das Druid-Set an, oder? Das war, genau, Druid. Hm. Ja. Ich bin, ich spiele ja Main Druid. Also den Kopf finde ich schrecklich. Ich sag's euch, wie es ist. Also der Kopf ist wirklich schrecklich. Das ist wie, wie so eine, aus so einem, aus so einem, so einem billigen, ähm, Maskenverleih. So, so ein Kopf. Also, die Schulter ist schon fett, ne, mit diesem Riesen, ich schätze mal, das soll ein Katzenkopf sein. Das finde ich schon nicht schlecht. Das mit dem, mit diesem Fell hier an der Seite hat auch was. Der Gürtel, das passt auch alles dazu. Aber der Kopf, den finde ich schrecklich. Warum halt, diese große Maske als Kopf, wäre halt dick, ne. Aber das hier ist halt irgendwie, ist nix Halbes und nix Ganzes. Das ist wie so, gewollt, aber nicht gekonnt. Hier auch, ne, der Rücken mit der Tatze drauf und so, das hat alles was. Du hast sogar die Hände mit so Krallen, hier unten hast du Krallen drin. Das passt schon alles zusammen. Aber der Kopf zerstört's für mich. Also der Kopf ist halt nix. Das Wichtigste bei, bei Sets sind eigentlich immer die Schultern und der Kopf. Und dann kommt der Rest. Und wenn, wenn die Schultern und Kopf nicht stimmen, dann war's das eigentlich schon. Also das ist wegen dem, also ne, mit den Schultern, würde ich sagen, fünf, sechs rum. Beim Kopf sind wir bei mir bei einer drei. Ja, oh, mein Wecker geht grad, ich muss meine Wäsche nur rausholen, aber das machen wir jetzt erst, wir machen jetzt erstmal hier die Sets. Ähm, ja, jetzt bin ich überlegen. Also ich find's in der dunklen Farbvariante besser. Oh, ich hätt so gern den Kopf, ne, als, äh, also diesen, ähm, was ist denn das? Also ich weiß nicht, ob das ein, ein Wolf oder eine Katze sein soll. Eins von beiden auf jeden Fall wahrscheinlich eher ein Wolf. Wenn ich den als, als Kopf hätte, wär's schon ein relativ dickes Set. Oh, und blau? Da geht's schon ein bisschen höher. Also da würde ich eher schon, eher eine fünf geben, obwohl der Kopf so kacke ist. Halt, stopp, jetzt haben wir ein paar übersprungen. Dann haben wir das gelbliche. Das sieht auch ganz okay aus. Oh, oh, schaut euch die, schaut euch diesen Wolfskopf an mit diesen roten Flammen. Das sieht halt echt gut aus, ne? Vor allem auch das Druid-Symbol. Also die Details und alles ist echt halt cool, wenn der Kopf halt vernünftig wär. Ja, dann sind wir, sind wir hier durch, ne? Also ich geb dem ne fünf. Wie sagt er, ne sechs muss man schon geben? Also ich würd eigentlich dem Set, wenn der Kopf anders wär, dann hätt ich ne sechs oder ne sieben gegeben. Aber der Kopf zieht's für mich halt echt so dermaßen runter. Was halt schade ist. Was halt echt schade ist. Gut, dann schauen wir uns als nächstes das Rogue-Set an. Uh, also ich muss sagen, das ist dicke. Schaut euch die Kapuze an, das stimmt halt hier oben alles. Dann hast du so Bandagen. Und diese Effekte, die sind auch cool. Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass einige Farbvarianten richtig dick sind. Also das ist für mich schon ne sieben, geht sogar eher zu acht, würd ich sagen. Das sieht schon cool aus. Das stimmt. Das ist so ein astrales Set, bloß in neuer und cooler gemacht, muss ich sagen. Okay, grün. Na, da fand ich das besser. Grün ist okay. Hat auch wieder Necrolord-Vibes, ne? Aber da ist das Dunkelbläuliche besser. Orange finde ich auch das erste besser. Schade, ich hatte gedacht, die anderen Farbvarianten sind noch richtig cool. Ich hoffe, es gibt ein ziemlich kräftiges Rot und oder ein Schwarz auch. Puh, da ist das Rot. Das sieht nicht schlecht aus. Aber ich, das erste fand ich trotzdem bis jetzt am besten. Warum muss denn das Orange sein? Können die da jetzt nicht Schwarz machen und das Rot? Das würde ich besser finden. Komplett schwarze Rüstung und dann die in Roten, ähm, quasi diese Lichteffekte, ne? Man sieht die auch immer, ähm, ein bisschen besser, wenn der Hintergrund dunkel ist, ne? Also vor allem, wenn, wenn dann das Ganze animiert ist, das sind ja jetzt hier nur Bilder. Okay, dann haben wir jetzt noch eins. Uh, Lila. Lila ist auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich finde, das finde ich am besten. Gefolgt von Lila und Rot. Die anderen, die hauen mich jetzt nicht so vor. Also das ist wirklich die beste Version. Definitiv. Also das ist für mich schon eher eine Acht, ne? Würde ich sagen. Ähm. Und das ist eine Sieben. Die, das ist auch eine Sieben. Aber eine gute Sieben. Wenn, wenn jetzt sogar vielleicht das Blaue sogar Richtung Neuen geht. Also das finde ich schon ziemlich dicke. Okay. Dann schauen wir mal jetzt noch Demon Hunter. Uh, das ist sehr knochenlastig. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten Warlock-Sets. Da hat man auch so, so große Aufbauten auf dem Kopf. Ist aber schon fast ein bisschen zu lang hier, oder? Ah, es sieht nicht schlecht aus. Aber es hat wenig, äh, an der Rüstung an sich. Das sind viel diese, diese, ähm, Knochen. Oder sind es, sind, soll das Messer sein? Aber, ne, ich glaube, das sind schon eher Knochen, die da rausgehen. Ah. Also das Erste ist ganz nett. Das ist für mich eine, eine Sechs. Vielleicht sogar eine Sieben. Aber eher eine Sechs, würde ich sagen. Die Farbwahl finde ich nicht gut. Das ist eine Fünf für mich. Die ist okay. Die geht eher wieder Richtung Sechs, würde ich sagen. Toll. Oh, das finde ich nicht schlecht. Das ist ein bisschen krachiger. Würde ich vielleicht sogar auch eine Sechs geben. Oder, na, na, weiß ich nicht. Vielleicht zwischen Sechs und Fünf. Ja, hm, ähnlich. Die ist nochmal ein bisschen cooler. Da würde ich vielleicht die Sechs geben. Ja, sind wir durch. Aber, ah, das holt mich jetzt nicht hundertprozentig ab. Oh ja, es ist nicht Fünf von Zehn, Vier von Zehn. Ja, okay. Wie so eine Kackgrille. Okay, ja gut, da gehen die Geschmäcker auseinander. Ja, gut. Das waren jetzt die Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Acht, Neun Sets. Leider, wie gesagt, Charmai gibt es nicht. Dann gibt es den Hexer nicht, den Magier und den Priester noch nicht. Die kommen vielleicht. Das ist die Tage noch irgendwann. Muss man mal gucken, wenn es neue Alpha Builds gibt. Da wir jetzt ein paar Set Shorts sind, die ich euch leider nicht zeigen kann, schauen wir uns noch die Outdoor Sets an. Und zwar gibt es die Arator Amor Sets. Und da gibt es einmal Stoffsets, wie ihr hier seht. Dann Ledersets, schwere Rüstungssets oder Kette. Plattensets. Und dann gibt es noch einige Waffen. Und ich würde sagen, da klicken wir uns jetzt einfach ein bisschen durch und schauen uns die noch an. So als kleines Goodie waren wir leider nicht alle Sets verfügbar. Also das scheint jetzt das erste Stoffset zu sein. Das ist wahrscheinlich einfach ein Outdoor Set, was man kriegt. Und oder vielleicht auch Dungeons. Das ist jetzt noch nicht so ganz sicher. Das sind halt die von diesen Arator Menschen. Das sieht also für so ein Non-Tier-Set, sieht schon relativ cool aus. Vor allem hat man auch so Schriften hier anscheinend drauf auf der Brust. Hat schon was. Das ist halt so eine Priesterkapuze quasi. Oh, also das hier in matt, ne, ist okay. Aber das in strahlend Gold, das hat halt schon was. Da sehe ich so einen Holy Priest, sehe ich da auf jeden Fall drin. Das hat was. Rot? Das finde ich am besten, muss ich sagen. Aber Rot ist auch nicht schlecht. Und dann gibt es das quasi noch in der Shadow-Variante. Aber das Goldene definitiv am besten. Dann, Alter, ist das das Lederset? Ja, okay. Weiß ich nicht. Das mit den Tränken ist ganz cool an dem Gürtel. Aber der Kopf und das... Ja, das holt mich nicht so ab. Also wenn ich jetzt das auch wieder raten müsste, das hier ist für mich eine 8. Das sieht richtig nice aus, muss ich sagen. Die anderen Farbvarianten auch nicht schlecht. Das ist für mich eher so eine 4. Das weiß ich nicht. Ja, mit den roten Schuhen macht es ein bisschen besser, ein bisschen dunkler. Vielleicht dann Richtung 5. Nee, das... Das... Macht es für mich auch nicht fett. Was haben wir hier? Das müsste jetzt das Kettenset sein. Ist okay. Das hat auch wieder so Fläschchen dran. Also ich mag diese ganzen Details. Und was sind das? Granaten, oder? Schätze ich jetzt mal. Hat schon was. Also der Helm für ein Kettenset auch nicht schlecht. Oh ja. Da finde ich diesen... Diesen weißen Kragen. Das sieht schon nice aus. Oh, ein Golden ist auch cool. Das gefällt mir schon. Da ist immer bei einer 6 dabei, würde ich sagen. Der andere ist eher eine 5. Naja, das Liederland ist wieder nett, so mein Fall. Dann haben wir jetzt hier einmal das Plattenset noch. Ähm... Das ist in Golden auch cool, aber das Priesterset ist wesentlich besser. Das ist vielleicht auch vielleicht eine 5 oder eine 6 für mich. Uh, hier jetzt in Rot und Weiß. Das ist schon cooler. Das ist schon eher 6 bis 7, würde ich sagen. Das hat irgendwie so... Ähm... In Diablo gibt es doch hier Tyrael und diese Engel. Das hat was in... Das geht irgendwie in diese Richtung, ne? Von diesen... Von diesen Engeln aus Diablo. Das hat irgendwas. In Dunkel sieht schon auch nicht schlecht aus, aber das finde ich deutlich geiler. Was Platte ist? 10 von 10 in Rot und Weiß. Also ich muss auch schon sagen, dass da sind wir... Also 7, 7 fast aufwärts, ne? Also das finde ich schon... Sieht schon ziemlich gut aus. Also vor allem für so ein Open-World-Set, was es anscheinend ist. In Lila ist es auch nicht schlecht, aber das kann bei weitem nicht an die Farbvariante ranhalten. Und was haben wir dann noch? Jetzt haben wir noch ein paar Waffenvarianten. Die gucken wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Okay, klar. Wir haben einen Haufen Recolors wieder. Die drei verschiedenen Farbvarianten, ne? Wir haben ja immer quasi hier, ähm... Dieses Goldene, das bisschen Matt-Blaue. Dann nochmal eine Goldene und quasi diese dunkle Shadow-Variante. Und das ist jetzt bei den anderen... Bei den anderen Waffen wahrscheinlich ähnlich, oder? Was haben wir hier? Eine Schusswaffe? Die sieht auch gar nicht schlecht aus. Hm... Also die haben... Haben wir wieder in allen vier Varianten. Okay. Okay. Na gut, also diese Glimmer, die du da rumhast, das hat schon was. Mal gucken, wie es dann in Game aussieht. Ah, Gläven sind auch dabei, so wie es auskaukt. Da kann man sich bestimmt ganz coole Sets zusammenbauen. Wisst ihr, mit den Sets und den jeweiligen Waffen dazu. Uh, das sieht aber ziemlich dick aus. Ein Paladin mit dem Platten-Set und dem Ding? Da sehe ich mich. Definitiv. Ah, ich glaube, ich muss meine Chars mal ein bisschen teamwocken in der WoW-In. Da kommt schon einiges nice Zeug. Uh, das Ding wäre aber auch nicht schlecht. Oder mit dem Speer, ne? Und dem rot-weißen Platten-Set. Ah, Schild ist auch dabei. Oh, das Schild passt gut dazu, ja. Ja. Hm, sogar mit... Das ist definitiv der Stab, der zum Priester-Set dazu gehört. Definitiv. Uh, aber hier in so dunkel, ne? Mit rot und schwarz. Das hat auch was. Okay, ein Holzschwert gibt es auch noch. Pfff, da sieht aber der... Der Effekt auch anders wild aus. Das hat richtig was. Also, na, da gibt es schon... Also da gibt es richtig coole Sachen, muss ich schon sagen. Hm, okay, das hört mich jetzt nicht so vom Hocker. Was ist das, so ein Holzhammer? Oder ist das ein Pinsel? Was soll denn das sein? Undefinierbar. Und da gibt es noch einen relativ basic Hammer. Okay, dann sind wir wieder durch. Ja gut, dann haben wir jetzt, äh, soweit die ganzen, ähm, ja, Tier-Sets einmal durchgeguckt. Und nochmal so als kleines Goodie die Arator-Sets plus Waffen. Ähm, schreibt mir gerne Kommentare, was ihr zu den einzelnen Sets meint. Gerne auch ein Rating, wenn ihr wollt. Und vielleicht, was ihr auch, ähm, dann in Warwolf in T-Mocken wollt. Und ich finde einige Sachen ganz cool. Werd mir auf jeden Fall überlegen, ob ich das ein oder andere da farme, um es dann auch wirklich mal zu T-Mocken. Also, farmen werde ich es mir sowieso. Bin ja ein T-Mock-Sammler. Aber tatsächlich vielleicht das ein oder andere auch T-Mocken. Und ja, dann würde ich mich mal, äh, bin ich mal gespannt, was ihr zu den Sachen meint. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.